Was sind das hier unter dem Top für Symbole mit Leuten? Die haben alle eine Karte, das ist völlig scheißegal, was ich hier wähle, oder? Ja, Level 1, dann ist das so ein komischer Pferdebanner, dann irgendeine Axt. Ah, MP34. Okay, okay. Also ich will nicht die beliebige Seite beitreten, ich will den Deutschen beitreten. Wenn, schon, denn schon. Der eine sah aus wie der Bauer. Ist ja auch ein Bauer. T-Day. Ja. Du kannst mit Z alle deine Charaktere durch wechseln. Hä, warum hat er jetzt irgendwie noch nicht hier? Du kannst mit Z wechseln. Du kannst mit Z wechseln. Ja, du hast recht, ist echt schon laut. Wo sind die Leichen? Du musst das Game auf jeden Fall leiser machen. Ich kriege irgendeinen Heller, wenn ich hier ausgucke. Ja, ich glaube ich kicke einen Heller, während ich hier gerade weg bin. Was ist denn das? Flugzeuge oder Art? Ne, es gibt doch Flugzeuge. So. Glaub ich schon. Glaub ich schon. Also du kannst mit Z wechseln, ne? Solange dein Squad nicht tot ist. Ja, ich wurde gekillt. Enlisted, kann man ja auch sagen direkt, ist ein Battlefield Klon. Könnt man sagen. Von Wolfhander. Hä, die sind hier am Strand? Nein! Schütze von hinten! Äh, es kann sein, dass jeder einfach durchgerannt ist, die Idioten. Dass die außen rum gegangen sind. Und man kann auch sagen, Enlisted ist, ähm, hat die Hagenau die gleiche Engine wie Cursed. Im Metal Royale Game. Weil es die gleiche Macher sind. Von War Thunder und Enlisted. Ist das doch nochmal ein Gegner? Ne, es ist ein Freund, okay. Auf der AA. Nehmen wir die Wechsel halt wie Götter hier. Easy! Ich bin der einzige Überlebende in meinem Squad. Die müssen uns eigentlich überrennen halt. Okay. Okay, es ist Zeit. Kannst mir gerne beitreten. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich will da oben eigentlich gar nicht rausgucken. Das bestimmt gleich weg ist nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Kannst gerne über den Panzer einsteigen. Wenn das geht. Wir sind jetzt. Ja, kannst du. Müsste gehen. Ich bin rechts von dem Hauptbunker. Bumm. Leeroy eliminiert. Panzersoldaten gekillt. Ha! ganzen Panzer zerstört. Ich weiß nicht, ob meine Karre wirklich besser ist als ein Sherman. Welche Karre? Mein Panzer. Mein Panzer hat Reifen. Alter, wie ist hier los? An mir lief einer vorbei. Ich glaube, ich bin fester am Hängen. das hält mich nicht auf ich habe vergessen den blinker zu setzen siehst du den panzer unten am strand rumfahren das bin ich ja oh fuck von mir ist ein schirmen double kill 50 mm kommen die gegen den schirmen durch das heißt ja wie butter ich halte die front im alleingang ich darf da nicht hinfahren da ist das gebiet vorbei wie wollen die bitte schön unser zeug einnehmen oh und abgeprallt ins motor rein wie war von da und kill und da rein panzer general willst du auch in meinen panzer ich suche die ganze zeit bist du ein heiler schirmen ne bist du ein kaputter schirmen du kannst nämlich auch einen panzerdrupp freischalten ich weiß glaube ich mit level 2 oder 3 und schaltest du den puma frei bist du das vor mir ne jetzt bist du nicht wie meinst du ja wo du aussuchen ich bin im bunker komm zu mir ich weiß nicht mal wo du bist zeigst ja auch so gut an auch damit ich bin links vom bunker wie gesagt mit z kannst du immer dein squad wechseln du hast ja mehrere hast du ein grünes symbol ich müsste ein grünes symbol sein ja dann liegst du euch hier gerade und guckst den scheiß mauer an nein ich bin panzerfahrer ok dann bist du das nicht ich bin links neben dem bunker 38 meter von dem symbol was eingenehm mir muss aus der luke schauen du weißt ja nicht wo du bist im bunker schießt mir im g ne komm raus bist du bei nummer 1 oder was ne ich bin bei der beim hauptbunker wo das einnehmen symbol ist ganz vorne am strand der bunker da wo ich jetzt gegen schieße du müsstest meinen panzer hören du bist hinter mir du bist ein leicht hellblaues symbol ich bin jetzt glaube ich jetzt komme ich hier hallo guten tag bist du das nee wo bist du ich sehe dich nicht da bist du das doch der jetzt gegen einen panzer ballert komm rein komm rein ich da rein müsstest du nee warte jetzt kannst du jetzt rein ja geh rein bist du drin du bist ich sag du bist du bist fahrer ja warte 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 du hast mich raus hast mich raus geworfen machst du auch rein ja ich bin Fahrer aber ich kann auch wie kann du die So, ich bin dein Ausguck Ich bin dein Kommandant oben drauf Ich werde so sterben Du hast MG mit der Tasse Das ist nur ein bisschen unangenehm zu lenken, finde ich Das ist so langsam Boah, der Turm ist ja die Hölle Ich bin Fahrer Ne, hast du die Kontrolle über das Schießen Sherman vor uns, glaube ich Oh, fuck Ne, falscher Sherman, der vor uns, aber Äh, lol, ähm Siehst du meinen Kommandant da vorne? Das war mein Kommandant! Du hast meinen Kommandant abgeschossen Da stand Payflow mit Springfield Links neben uns ist ein Typ Der schmeißt eine Sprenggranate Vorn Ich will eine Third Person an sich Keine Ahnung, ich sehe ja hier nur einen Schlitz Panzer fahren Ah stimmt, man darf ja nicht hier lang Zum Glück hat das Ding Allrad Dann werden wir am Arsch Das Ding ist, ich glaube Die Leute haben schon aufgegeben Er ist irgendwie kein Gegner, gell? Er ist schon tot Kann ich auf den Zerstörer da schießen? Da, da ist ein Sherman vor uns, oder? Aber ich kriege die Kanone nicht weiter Da ist ein Sherman vor uns Der Heide, in der Mitte, genau der Hast du die gut geredet? Ich kann schlicht schießen So, hier, ich stehe jetzt perfekt Gönn ihn dir Am Arsch Wackelig Wir sind halt der Puma-Squad Und da das MG auch nur mit dem Turm mitgeht Stell dich einfach irgendwo hin Wie in World of Tanks Hier Da fährt ein Sherman vor uns Was ist das vor uns? Da Direkt geradeaus Der einzig überstehende Der nicht raucht Genau der Ah Schade Egal, du hast auch mal deine Sherman-Gruppe Äh, deine Panzer, meine ich Aber wir haben schon gut Unsere Feinde aufgehalten Möchtest du mal da rüberklettern? Okay Oder du bist da Ah, da bist du, sehe ich, oder? Bist du das? Wieso sehen wir uns so schlecht? Ich bin der hier hüpft Du bist der hellblaue da Im Busch Ja Ich bin das hellblaue Symbol Ja Hier Hinter dir Ich bin hier das hellblaue Symbol Oder hellgrün dann halt Hier, der hier Die anderen sind alles deine Das sind deine Mates, die grünen Deine KIs, oder? Deine KIs, ja Die kannst du mit Z wechseln, wie gesagt Mit Z kannst du durchswipen Wie auf Tinder Was macht der Bot hier? Ich beobachte die Wand Was ist das hier für eine Scheiße, Mann? Ja, warum? Ja, die Mauer hier Ich bin ja weg Das ist die deutsche eiserne Verteidigung Ha Ich habe zwei ausgerottet Die wollten ja außenrum fliehen Ich habe sie nicht gelassen Falscher Bot Richtig Zurück in den Kampf, Misami Du hast Eine Sprengladung Ah, fuck Hilfe Ich werde in zehn Sekunden sterben Und ich werde überlebt mich in neun So muss man das auch Guten Morgen, Welt Ich schlade erst mal nach Okay, die nehmen jetzt ein Oh, sie haben es eingenommen Ich komme Ja, da fällt die rein Oh, wo ist der? Ich will ihn kaputt machen Wo ist der dreckige Panzer? Würdest du mich verarschen? Ich habe mich selbst getötet Ich stand doch nicht mal bei der Explosion Okay, der Sherman ist jetzt bei dem Symbol Sherman beim Symbol Wiederhole Ich habe keine Panzerfaust Leider Hätte ich gerne Ich hätte gerne richtig Panzerfaust Ich glaube, er hat sich den gegönnt, oder? Nein, er lebt noch Ich sprinte auf den Sherman zu Ich habe seinen Fahrer ausgeschaltet Weil er ausgestiegen ist, der Honk Ruhe in Frieden, du armer Penner Mal los, meine Einheit Der Bots Alter, die haben zwei Kills geholt Besser als manche von unseren Team Jetzt Kriegfeuer Da ist ein Sherman Da ist ein Sherman gestrandet Wir können ihn vielleicht looten Komm, schnell Da hin, Julian Ich habe markiert Ich habe markiert Was hast du markiert? Da die Oh nein Ich habe einen Amerikaner gesehen Sie sind in den Panzer gestiegen Nein, ich habe viele Amis vor mir Ich werde über euren Rand Soldat James Ryan am Start hier Aber Adolf Ryan Oh, schade, tot Na, ich kann jetzt nur noch die normalen Einheiten nehmen Okay Ich darf hier nicht zu viel Falsches sagen Aber das ist ein zweiter Weltkriegs Zweites Weltkriegsspiel, Leute Deine Leute hier drin Ja, das sind deine Leute Drück Z, dann kannst du ja easy wechseln Das ist auch geil Du hast mehrere Leben Flamewerfer Ah, nein Hilfe, ich verblute Und meine Mails da hinten Nur Was hast du, Hohenzug, gemacht? Ja Ich bunker mir die Karre hier Ich bunkere sie mir nicht mehr, die ist tot Kümmer dich um die Sherman-Panzer Und nicht um die Menschen Ins Eisen geballert Das war ein Spiel da, sowas von Oh, Handgranate Ich seh nix mehr Ich bin zu aufgeschreckt Jetzt seh ich wieder Das ist sowas von Cuisine Royale Oder Cursed, der er sagt Das sind die Bunker Das ist die Map von Cursed Das finde ich irgendwie nice Dass sie Weißt du, wenn du dann das Battle Royale gesuchtet hast Wie sonst was Du kannst Ne, der ist explodiert Das war der, wo ich glaube ich auch reingehren wollte Ah, ich wurde getötet von ihm Obwohl ich verwundet war Aber jetzt ist es Zeit Panzer fahren Willst du wieder einsteigen bei mir? Mein Panzer spawnt in 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden Ich bin da Hinter dir Ne, das sind doch deine ganzen Leute da hinten Hellblaue, bist du doch da vorne Mit deinen tausenden Bots, die da stürmen Ich weiß nicht, ob das Bots sind Ich bin hier Der rote Pfeil direkt Der rote Pfeil Ja, auf der Map Dieser rote, das rote Treib Ne, ich glaube du bist hinter mir Ja, ich bin hier Auf dem Panzer drauf Nein, ich wurde gekillt Ich komme auch rein Schnell, warte So Okay, let's go Du kannst losfahren Nein, nicht ausstecken Geradeaus Vor uns sind direkt die Feinde Und oben auf dem Berg Ne, es ist ein Freund Da vor uns, direkt vor uns Direkt vor uns hier im Bunker Und im Graben Ah, ich bin rot getötet Hilfe, Hilfe Ich will einsteigen Was? Die will auch ein Vor uns ist ein Sherman Sie ist das wahrscheinlich Sie schießen auf uns Jetzt siehst du sie Fuck Kette zerstört Ach, du guckst nach links Ich habe keinen Werkzeugkasten Was? Wenn wir hier fahren können Wenn wir hier fahren können Wir sind stark beschädigt Laut dem Ding Was gar nicht sein kann Sind sie tot? Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns Genau da Genau da Er macht direkt den Krono Und direkt jetzt Auf 12 Uhr ist ein Sherman Ne, M3 Der ist kaputt, oder? Er brennt nicht, deshalb Ich glaube, der wurde aufgegeben Deshalb würde ich sagen Dass wir den zerstören Schießt du auf ihn? Ja Genau da Oh, Achtung Frontal vor uns Es hat irgendwas Dickels geschossen Monster Truck Ja Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns Und nach dem Haus Nein, der Spaß Ne Ich weiß nicht Du kannst nicht viel machen, aber Ich wollte nicht Wenn die Luft gereakt werden Ähm Äh 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 Hilfe Ich guck Ich guck mir das Problem an Äh Ich hab das Problem gefunden Wir waren auf einem Bunker drauf Oh nein Ich hab ihn abgestochen Ich hab Fahren Gerade ausfahren Kann ich dich rauspushen, oder so? Nach links denken Genau Und dann hoch Oh Oh nein Ich bin tot Okay Man müsste gucken, wo man hinfährt Ne Also ich Einfach den Wenn du aussteigst und guckst, wo wir stehen Dann lachst du Ich kipp den einfach auf Mach Aber guck dir vorher an, wo er steht Wie ich ihn geparkt habe Gottlike So muss das doch, oder? Da kommt er nicht mehr raus Nein Ich weiß gar nicht, wo du bist Ich hab Angst hier alleine Panzer Nate Wurf Alter, ich hab einen scheiß Wurfarm Hier rennen außen rum und flackieren den Feind Ich bin hier Ach, da ist der Panzer Ich seh ihn Der brennt Ich bin hinter feindlichen Linien Bist du da oben auf dem Berg, oder was? Ja Ah, nein Ich hab meinen ganzen Squad ausgelöscht, weil meine Bots einfach zu dumm sind Wir verteidigen Oh, 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 oh Oh, da schießt jemand auf mich Hilfe Ich geh wieder auf die Position hoch Mhm Panzer vor uns, zwei Stück Ich werde ihn messern Da fährst du Panzer gerade Nein Ne, ich bleib hier Auf den Panzer drauf Ah, nein Ah, Kowalski Kowalski Kömmer dich um den Scharfschutz da oben Ach, der MG-Schütz ist wieder weg Ich weiß nicht, wie mein Typ heißt, aber er heißt jetzt ab sofort Kowalski Schmidt Bist du das jung Der jetzt gerade runter rennt Nee Bomben Der Feind ist da drüben Ich hab keinen Aim Ah, nein Nickelback, pass auf Warum heißt du Nickelback? Du bist Deutsch Ich hab mich, glaub ich, verlesen Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, Hilfe Verwundeter Ich bin in Trouble Der General meistens Er hat noch eine M3 liegen gehabt Die werde ich mir jetzt schnabulieren Sterbt! Warum überlebt ihr so viele Schüsse, ihr Scheißputz? Wie viele Schüsse hat er überlebt, Alter? Er hat 50 Schüsse überlebt mit der M3 Warum ist die so weak, Alter? Warum ist die so schwach? Hm? Hm Ich hab den bestimmt jetzt Okay, ich hab ihn nicht in den Kopf geschossen, in die Brust, aber 5, 6 Schüsse? Man muss tot sein Boah, wie viele hier kommen, Alter Die werden überrannt von den Vor allem selbst die Ausdauuanzeige und die Lebensanzeige und die Sprenggranate Sind von Cursed Was ich geil finde Cursed ist auch ein okayes Spiel Außer die Superkräfte, die sind hoch Ah, Stacheldraht, wirklich? Mhm Die Amis kommen Und zwar viele Sprenggranate Ich hab einen in die Luft gejagt Ich muss mich heilen Hilfe Hilfe, ich werd von jemand anderem missbraucht Nee, das ist ein Achso, das sind nur meine Hände Oh, Treffachkill Meine Bots, was macht ihr? Kommt her, Bots Nein, ich werd von Das rückelt Los, Bots Nein Nein Nur noch ich lebe Nur noch ich lebte Ach, von da An der Mauer Ich verblute Hilfe Es sieht eher aus, als würde ich irgendwas reiten Ich glaub, ich hätte Pumms die Erde Ich steh wieder auf Ich bin sowas von tot Hilfe Panzergeneral Nixarius meldet sich zum Dienst Weg mit den Sandbarrieren Panzerfahrer muss durch Wo sind die feindlichen Panzer? Das tut mir leid Nö Er hat den Schuss überlebt Warum ging meine Schüsse So hart vorbei? Was ist da los? Warum ging mein Schuss so hart vorbei? Die Briten Aua Mein Mate hat auf mich geschossen Ich höre Briten neben mir Ach ne Das sind meine Leute Warum ist meine Hä, wo schießt meine Konone hin? Dass ich die nicht töte hier What the fuck Dann fahre ich hier einfach rein Guten Morgen Ich befalle einfach euch alle Wie findet ihr das? Findet ihr das besser? Ich hoffe schon Wo sind die feindlichen Panzer? Das ist das Problem Ist ja auch kein Alter, schießt wie ein Besoffener Oh, es ist dunkel geworden Warum ist es so dunkel hier auf einmal? Hilfe Oh, wir brennen Wir brennen Das ist das Problem Es ist so dunkel, weil es Feuer Mein Panzer brennt Die Betsy hat's aufgegeben Okay Die Yankees wurden abgeknallt Er hat einen Molotow geworfen Das Schwein Na, wie gefällt's euch? Die Schlacht geht schon 40 Minuten fast Ja, also es macht schon Laune das Game Aber das ist immer pro Part dann eine Schlacht Weil Mehr Schlachten in einem Ding Hey, ist ein bisschen viel, ne? Danach können wir ja bald die Schlacht um Moskau machen Ich glaub, da war ich schon Rufziwein, ganz cool Moskau? Ja Wenn das was war Ah, da oben kämmt einer Da ist einer wohl Rapunzel Der ist down Der lässt sein Haar nicht mehr runter Sein Sackhaar Sniper am Glockenturm Äh, ich meine, ähm Äh, ähm, in der Windmühle Smoke, nade Guck mal, nade-werf-künstler Ich nicht, ich nicht Ich bin Sniper hier Am Glockenturm Grenadier Komm her Ja Gib mir deine M3 Hier ist es rauchig drin Gucken wir, ob mal ein paar Leute überlebt haben Einer hat's überlebt Mensch, dich geschützelt Komm zu mir, zur Windmühle Ein Bühle Ach, die Ja Ich bin da drin Was machst du da drin? Snipen Also versuchen zu snipen Irgendwie treffe ich die nicht Wie in PUBG Also ich hitte die halt Aber die überleben halt Fünf SKS-Schüsse Oh, mein aktiver Squad ist tot Ha Kommt her Wie fühlt ihr sich Einen von einer M3 getötet zu werden? Von eurer eigenen Medizin Ihr Bastarde Ah, nein Da war einer Es war einer außerhalb Er hat mich getötet Ich bin gefallen Auf die Fresse Und das hat Aua Bubu gemacht Wir verlieren Eigentlich normal Nein, das ist Darf nicht passieren Dass wir verlieren Weil Das Leben Null Stück Es müssen alle sterben Dann haben wir gewonnen Nein, ich nicht sterben Die müssen sterben Wir müssen sie ausrotten Dann haben wir gewonnen Ah, ich häng im Stacheldraht fest Ich bin in der M3 Und ich weiß nicht, ob das die ist Ach, da oben bist du drin Ja, hinter dir ist Ne, hinter dir sind deine Leute Ich bin unter dir Aber unter mir in den Häusern Hat einer rausgeschossen Ich sehe ihn, der ist da Er ist tot Siegt die deutsche Truppe Anarbeit gewonnen Ich hab nicht Das Ja Easy Wie viele Dinge es gibt Und du hast keine Ahnung Was das ist Ja 61 Leute hab ich getötet Und du? Ah, 37 Amateur Nein, Spaß Das war's Mit dem Part Wenn es euch gefeinert Lasst eine Bewertung da Meine Hand verschwindet Hilfe, Hand Komm wieder Nehmen wir die Hand Bis dann Zum nächsten Was auch immer ich mache Bis dann und ciao